Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich darf die unterbrochene Sitzung des Plenums wieder eröffnen. Ich habe einen sehr praktischen Hinweis an die Kolleginnen und Kollegen mit den Kameras. Es gibt den einen und anderen Kollegen, der sich ein bisschen belästigt fühlt. Wir haben hier die Vereinbarung getroffen, die auch in der Geschäftsordnung steht. Aber ich will mich jetzt gar nicht so formal bewegen, dass die Bedrängung der Abgeordneten auf ein überschaubares Maß reduziert wird. Damit Sie bitte alle wissen, nichts mit Aufnahmen von irgendwelchen Unterlagen, die vor irgendwelchen Kolleginnen und Kollegen liegen. Das wird geahndet mit einem Verweis aus diesem Raum, auch wieder sehr locker gesagt. Aber bitte, sich daran zu halten. Wenn Sie vielleicht ein bisschen Abstand nehmen könnten, denn ich weiß, die Kameras haben einen großen Zoom, dann wäre das... Wenn ich meinen Fraktionskollegen Matthias Büger sehe, der sitzt eigentlich in der Kamera. Das mag ihn stolz machen, aber das hilft dem Unternehmen nur bedingt weiter. Also bitte noch einmal ein bisschen zurückdimmen und darauf achten, dass auf alle Fälle verboten ist und auch belegt, dass keine Aufnahmen von irgendwelchen Sachen gemacht werden, die auf dem Tisch liegen, sei es das Laptop oder sei es die Papiere, die davor liegen. Dann rufe ich auf die Tagesordnungspunkte 84 und 85 mit den dazuliegenden noch. Da fehlt jetzt gerade noch genau. Vielen Dank. Fangen wir mal andersrum an. Eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, zum Landesaufnahmeprogramm für Flüchtlinge in Not. Gut, das ist die Drucksache 852 aus dieser Legislaturperiode. Ich unterstelle, dass die Dringlichkeit angenommen wird. Dann wird dieser Punkt 87 und kann, da keiner von Ihnen bestimmt widerspricht, mit Tagesordnungspunkt 38 aufgerufen werden. Es widerspricht niemand. Dann haben wir die Anträge 84 und 85. Doch, das sehe ich richtig, das sind nur zwei, zu dem Tagesordnungspunkt Trauer um Walter Lübcke, feiger Mord konsequent aufklären, unsere Demokratie entschlossen verteidigen, von den Fraktionen der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Sozialdemokraten und der Freien Demokraten. Er wird zusammen verhandelt mit dem Tagesordnungspunkt 85, dem dämlichen Entschließungsantrag der Fraktion der LINKEN, Trauer um Regierungspräsident Dr. Walter Lübcke und Verurteilung rechter Gewalt und rechten Terrors. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben uns eben ein bisschen streitig unterhalten. Das ist ja auch okay so. Ich habe alle Beteiligten darum gebeten und nicht nur ich, sondern auch die Regierungsbank, dass wir uns angemessen dem Thema benehmen. Deshalb nehme ich mein Recht in Kauf und stelle mich gerne bei der nächsten Sitzung im Ältestenrat einer Debatte, dass ich folgende Reihenfolge jetzt im Namen von uns allen verkünde. Als Erstes spricht der Ministerpräsident. Das ist auch sein gutes Recht. Das kann keiner hinterfragen. Dann spricht Frau Faeser für Antragsteller 84, Herr Wagner für Antragsteller 84, Frau Wissler für Antragsteller 85, Herr Rock für Antragsteller 84, Herr Scholz für die Fraktion der AfD. Sondern helft mir, wer redet von euch? Der Fraktionsvorsitzende persönlich, Herr Lambeau, vielen herzlichen Dank. Und dann, wie gewünscht, das Abschluss von Herrn Boddenberg, Antragsteller 84. Darüber müssten wir jetzt auch abstimmen können, aber ich mache das gar nicht, sondern wir haben ein Recht in der Sitzungsleitung, es so zu tun. Wie gesagt, angemessen ist es, dass jetzt der Ministerpräsident des Landes Hessen das Wort bekommt. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Vor wenigen Tagen haben wir in Kassel in einer sehr würdigen Trauerfeier unseres ermordeten Kollegen und Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke gedacht. Viele von Ihnen waren anwesend. Ich glaube, ich darf für alle sagen, die Erschütterung, die Trauer, die Anteilnahme gegenüber seiner Familie gilt unverändert. Die ganze Republik nimmt Anteil an diesem Mord an Walter Lübcke. Das gilt ganz besonders nach dem vergangenen Wochenende, an dem die Sicherheitsbehörden einen der Tat dringend Verdächtigen mit eindeutig rechtsextremen Einstellungen und massiven Vorstrafenregistern festgenommen hat. Der Umstand, dass der Generalbundesanwalt die Ermittlungen übernommen hat und von einem Mord mit rechtsextremem Hintergrund spricht, löst neben Bestürzung auch schlimmste Befürchtungen aus. Es ist deshalb richtig, dass der Hessische Landtag zu diesen vorgehenden Stellungen bezieht und klar Position bezieht. Ich begrüße sehr, dass die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, der Sozialdemokraten und der Freien Demokraten einen Dringlichen Antrag eingebracht haben, der nicht nur ein starkes und wichtiges Signal ist, sondern auch sehr deutlich macht, dass wir nicht bereit sind, auch nur einen Millimeter zu weichen, wenn es um die Verteidigung von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten und der Verurteilung rechtsextremer Umtriebe geht. Ich teile ausdrücklich die in dem Antrag vorgenommenen Beurteilungen und Schlussfolgerungen. Dazu gehört ausdrücklich auch der Umstand, dass wir bei allen Äußerungen und Bewertungen eines nie vergessen dürfen. Zunächst geht es um das Schicksal des ermordeten Kollegen Walter Lübcke. Der Respekt und ein würdevoller Umgang mit dem Opfer und seinen Angehörigen darf uns auch bei noch so engagierter Diskussion nicht verloren gehen. In meiner Trauerrede in Kassel habe ich deutlich gemacht, dass Walter Lübcke sehr beliebt, aber nie beliebig war. Ganz im Gegenteil, er hatte ein klares Wertefundament. Er war ein engagierter Demokrat, er zeigte Haltung, und er trat mutig für seine Überzeugungen ein. Wenn es nun so sein sollte, dass er für diese klare Haltung Opfer eines Mordes geworden ist, so verpflichtet uns gerade sein Tod, alles dafür zu tun, dass jedermann, auch und gerade politisch Verantwortliche, frei ihre Meinung äußern dürfen und sie das können, ohne Angst haben zu müssen, von Extremisten angegriffen zu werden. Meine Damen und Herren, das gilt nicht nur für hauptamtliche Politiker, sondern auch und gerade für die vielen ehrenamtlichen Politikerinnen und Kommunalen Parlament. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Extremisten hoffen, im schlimmsten Sinne des Wortes, dass sie mit ihren Taten andere mundtot machen, Angst und Schrecken verbreiten. Die Antwort von uns muss und kann nur lauten, wir haben nicht nur keine Angst, wir werden auch nicht weichen, und zwar nicht nur heute, auch in Zukunft. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Jetzt ist die Stunde der Ermittlungsbehörden. Ein Ergebnis ihrer Arbeit steht noch nicht fest. Trotzdem werden nahezu stündlich wirkliche oder vermeintliche Ermittlungsergebnisse in allen möglichen Kanälen und Medien veröffentlicht. Sofort schließen sie in aller Regel Spekulationen der unterschiedlichsten Art und Weise an und gegebenenfalls an. Nicht selten muss man dabei den Eindruck haben, dass nicht die Sache, das differenzierte Prüfen, das erste Moment sind, sondern die knackige Überschrift oder die eilfertige Schutzzuweisung. Meine Damen und Herren, an so etwas kann sich eine verantwortliche Regierung nicht beteiligen und schon gar nicht verantwortliche Ministerinnen und Minister. Sie können nur über das berichten, was sie wissen und worüber sie in der Öffentlichkeit sprechen dürfen, ohne die Ermittlungen zu gefährden. Das ist eine, wie viele von uns wissen, schwierige Gratwanderung. Aber sie ist eine der Grundlagen eines Rechtsstaats. Ich kann und will deshalb den endgültigen Ermittlungsergebnissen nicht vorgreifen. Aber ich will sehr deutlich machen und keinen Zweifel daran lassen, dass diese Landesregierung alles tun wird, dieses scheußliche Verbrechen rückhaltlos aufzuklären. Meine Damen und Herren, da kann doch kein Zweifel werden. Das kann und wird sich auch darauf zu erstrecken haben, was wir in eigener Verantwortung unserer Behörden zu leisten haben oder was sie als Unterstützung für die Arbeit des Generalbundesanwalts zu tun haben. Das wird und muss meines Erachtens natürlich auch für die Frage gelten, ob wir es hier mit einem Einzeltäter zu tun haben, ob da Mittäter dabei waren oder ein ganzes Netzwerk. Aus meiner Sicht müssen Ermittlungen in alle Richtungen gehen. Eine vorschnelle Festlegung auf einen Einzeltäter erscheint mir unangebracht. Allein schon der Umstand, dass nach jetzigem Sachstand der Mord aus rechtsextremer Gesinnung nahe liegt, ist schockierend und alarmierend. Es ist richtig, wenn in dem Dringlichen Antrag von allen vier Fraktionen darauf hingewiesen wird, dass sich bei diesem Mord, sollten sich die Vermutungen bestätigen, um den ersten rechtsextremistisch motivierten Mord eines Politikers seit der Weimarer Republik handelt. Meine Damen und Herren, die Feststellung in diesem Antrag, dass es sich um eine Zäsur und eine neue Dimension rechtsextremer Gewalt und politischer Radikalisierung handelt, ist absolut richtig. Da ist nichts zu beschönigen und auch nichts zu relativieren. Der Angriff auf Walter Lübcke war auch ein Angriff auf uns, und er war ein Angriff auf die freiheitliche Demokratie. Es muss deshalb zunächst einmal um die sorgfältigste Aufklärung der konkreten Straftat gehen. Aber das ist nicht genug. Es muss auch darum gehen, neben der Aufklärung eines konkreten Verbrechens es als Daueraufgabe zu begreifen, diesem rechtsextremen Spuk entgegenzutreten. Die Landesregierung und die Hessischen Sicherheitsbehörden kämpfen mit größter Entschlossenheit gegen diese rechtsextremistische Gewalt und den Rechtsextremismus, auch und gerade nach den Erfahrungen mit dem NSU und dem Mord an Halit Yozgat in Kassel. Nicht zuletzt die intensive strukturelle und personelle Aufrüstung der Sicherheitsbehörden, des Staatsschutzes, des Verfassungsschutzes im Kampf gegen den Rechtsextremismus und die vielen Initiativen, präventiv nach Möglichkeit dort schon einzugreifen, mögen dafür genannt werden. Aber, meine Damen und Herren, ich will noch einen Gedanken zum Schluss einführen. Der Kampf gegen den Rechtsextremismus kann nicht nur eine Aufgabe der Sicherheitsbehörden sein. Es ist eine Aufgabe von uns allen, und es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Aber es ist deshalb richtig und wichtig, dass gerade in diesem Dringlichen Antrag auch aufgegriffen wird, das, was wir aus Anlass des Todes des früheren Kollegen und des Regierungspräsidenten in den sozialen Netzwerken erleben. Diese Verrohung, diese menschenverachtenden Kommentare werden in diesem Antrag zu Recht aufs Schärfste missbilligt. Es wird gefordert, strafrechtlich aufzuarbeiten. Das halte ich für selbstverständlich. Aber das ist nicht genug. Es muss uns gelingen, eine offensive Debatte darüber zu führen, dass diese an Schäbigkeit und Niedertracht nicht zu überbietenden Äußerungen im Netz von uns nicht nur schulterzuckend zur Kenntnis genommen werden, nach dem Motto, da kann man nichts machen, sondern dass wir sie missbilligen, gesellschaftlich ächten und dass wir Art. 1 unserer Verfassung, der Ausgangspunkt unserer Verfassung, die Würde des Menschen so interpretieren, dass sie auch im Netz nicht untergehen darf. Das ist der Kern dessen, was wir tun. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat recht, wenn er betont, Zitat, wo die Sprache verroht, ist die Straftat nicht weit. Genau, weil das so ist, dürfen wir nicht erst aufstehen, wenn physische Gewalt zu bekämpfen ist, sondern auch die Wegbereiter in verschiedensten Weisen müssen erleben, dass wir mutig entgegentreten. Überall dort, wo ausgegrenzt wird, wo gehetzt wird, wo Gewalt verharmlost wird, muss mit Mut und Entschlossenheit entgegengetreten werden. Ich habe es immer wieder gesagt, und das gilt auch heute, in Hessen darf kein Platz für Hass und Gewalt sein. Das gilt für alle Richtungen, und das gilt insbesondere auch für den Rechtsextremismus. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN des BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Dies schulden wir unserem ehemaligen Kollegen und Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke, und dies schulden wir dem Erhalt unserer freiheitlichen Demokratie. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie merken, wir haben gerade ein technisches Problem gelöst. Ich darf allen Beteiligten sagen, dass der Ministerpräsident ungefähr drei Minuten mehr gesprochen hat. Das klären wir jetzt gleich noch, als die Redezeit ist. Aber ich hätte auch mit ungestörtem Gerät ihn nicht unterbrochen. Frau Feser, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir trauern um unseren ehemaligen Landtagskollegen und Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke. Unsere Anteilnahme und unser Mitgefühl gilt seiner Familie und Freunden. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Wir empfinden es als angemessen, dass wir heute parteiübergreifend über diesen furchtbaren Todesfall reden, denn er beschäftigt, wie der Ministerpräsident gesagt hat, nicht nur die ganze Bundesrepublik, sondern vor allem auch hier uns. Der Angriff ist ein Anschlag auf uns alle und unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, und dem wollen wir heute hier gemeinsam begegnen. Walter Lübcke stand immer, aber insbesondere 2015 für das friedliche Zusammenleben und den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Er verteidigte gerade in den schwierigen Zeiten den Zusammenhalt unserer Gesellschaft und nahm in den Diskussionen vor Ort über die Frage der Aufnahme von Flüchtlingen unsere tolerante und offene Gesellschaft sehr aktiv und couragiert in Schutz und verdient deshalb unser allergrößten Respekt. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt SPD und Freie Demokraten Es sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass man solche Äußerungen, die auf den Werten des Grundgesetzes und, ich hoffe, auf den meisten unserer aller persönlichen Werte fußen, äußern können, ohne die Sorge zu haben, dass man in der Folge Angriffe von Extremisten ausgesetzt ist. Aber genau das scheint hier nicht mehr der Fall zu sein. Der Generalbundesanwalt, der am Montag das Ermittlungsverfahren von Hessen an sich gezogen hat, geht nach derzeitigem Stand der Ermittlung von einem Mord mit rechtsextremen Hintergrund aus. Sollte sich dies bestätigen, wäre das der erste rechtsextremistisch motivierte Mord an einem deutschen Politiker, das hat der Ministerpräsident gesagt, seit der Weimarer Republik und nach den Morden des nationalsozialistischen Untergrundes ein weiterer politischer Mord mit rechtsextremen Hintergrund. Aber sage ich auch ganz deutlich, es darf keinerlei Unterschied machen, ob es sich um Morde an einem Politiker handelt oder an einem Mord eines türkischen Internetbesitzers. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Leider hat es in der Bundesrepublik, wie gerade heute in der Süddeutschen Zeitung zu lesen war, alleine 2017 1.054 rechtsextremistische Gewalttaten passiert. Es handelt sich also leider um eine sehr reelle Gefahr von rechten Gewalttätern. Die Ereignisse in Hessen sind in der Tat eine Zäsur und eine neue Dimension rechter Gewalt und politischer Radikalisierung. Das bedarf auch entschiedener Antworten von uns als Parlament, und jeder Einzelne muss von uns etwas dagegen tun. Wir sind sehr erschüttert darüber, was direkt nach dem Tod des Regierungspräsidenten in den sozialen Netzwerken zu lesen war. Der Tod wurde in einer Art und Weise von rechtsextrem agierenden Menschen hämisch genutzt, dass jegliche Grenzen des menschlichen Anstandes überschritten wurden. Das hat auch Bischof Hain bei der Trauerfeier letzte Woche und der Bundespräsident sehr eindrucksvoll aufgenommen. Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier hat es zutreffend, als ich zitiere, zynisch, geschmacklos, abscheulich, in jeder Hinsicht widerwärtig bezeichnet. Diese Einstellungen gehören deutlich ausgegrenzt, und man muss entschieden dagegen vorgehen. Denn aus verbaler Gewalt wird leider, wie wir sehr bitter feststellen müssen, schnell tatsächliche Gewalt, und diese darf auf gar keinen Fall unterschätzt werden. Es geht aber auch – das will ich betonen – um die tatsächliche rechtsstaatliche Bekämpfung der verbalen Exzesse im Internet. Die Verächtlichung eines Menschen, der einer Gewalttat zum Opfer gefallen ist, darf uns nicht nur empören, sondern sie fordert uns heraus, alle Mittel des Rechtsstaates zu nutzen, um die Herabwürdigung und Gewalt in den sozialen Medien auch rechtsstaatlich zu ahnden. Meine Damen und Herren, es ist deshalb auch wichtig, Polizei und Staatsanwaltschaften so auszustatten, dass sie Hass und Hetze im Netz konsequent verfolgen können. Außerdem tragen auch die Plattformen der sozialen Medien eine besondere Verantwortung. Aber es geht dieser Tage um viel mehr, als sich mit der zunehmenden Schnelligkeit und Verbreitung von Hassbotschaften und deren wirksamer Bekämpfung zu beschäftigen. Das gesellschaftliche Problem liegt viel tiefer. Die Einstellungen bis in die Mitte der Gesellschaft haben sich nach rechts sehr stark verschoben. Das ist das Problem, meine Damen und Herren. Die vielfach feststellbare gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit muss wirksam bekämpft werden, und zwar sehr frühzeitig. Das heißt, es beginnt in Kindertagesstätten in der Schule. Dafür brauchen wir eine Ausweitung von Demokratieerziehung und politischer Bildung. Den in weiten Teilen verlorengegangenen politischen Diskurs lassen dieser Tage viele leider sehr vermissen. Die Süddeutsche Zeitung hat dies heute in einem Artikel, wie ich finde, sehr zutreffend beschrieben. Ich darf zitieren. Beunruhigend ist der Grad der Enthemmung bis zur Gewaltsamkeit. Offenbar geht in einem Teil der Gesellschaft das Bewusstsein davon verloren, dass die republikanisch verfasste Demokratie mit ihren in Jahrhunderten entwickelten prozentualen Umständlichkeiten Tugenden voraussetzt, wie Geduld, Affektbeherrschung, Bereitschaft mit anderen Standpunkten und Interessen zu leben. Ich finde das sehr richtig, und ich glaube, dass wir als Parlamentarier auch dafür einstehen müssen, meine Damen und Herren. In diesem Kontext ist unsere Haltung als Parlament und jeden Einzelnen gefragt und ein entschiedenes Vorgehen des Rechtsstaates. Denn wir haben als Deutsche eine besondere Verantwortung, was Toleranz und Weltoffenheit betrifft. Noch vor drei Generationen haben Deutsche im Namen, wie Kista es von der Süddeutschen einmal bezeichnete, einer irrationalen Ersatzreligion unerhörte Verbrechen begangen. Auch deswegen ist es so bedenklich, wenn hierzulande zum Teil im Jargon der Hetzer von damals gegen Meinungsfreiheit und leider auch gegen die körperliche Unversehrtheit agiert wird. Seit diesem Montag leitet die Generalbundesanwaltschaft das Ermittlungsverfahren, und wir gehen davon aus, dass alle hessischen Kräfte die dortigen umfassenden Ermittlungen auch unterstützen. Ich sage das nicht ohne Grund, weil ich in den letzten Jahren auch etwas andere Erfahrungen in diesem Land machen musste. Es ist enorm wichtig, jede einzelne Tat zeitnah und vor allem umfassend aufzuklären, sagte der Bundespräsident dieser Tage in Anspielung auf die lange fehlgerichteten Ermittlungen um die Mordserie der Terrorgruppe NSU. Wir erwarten eine gründliche und auch transparente Arbeit der Ermittlungsbehörden. Dies erfordert eine besondere Sensibilität. Transparenz ist gerade dieser Tage wichtig. Ich betone das ausdrücklich, um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Behörden wieder zu stärken. Entsprechenden Hinweisen muss konsequent nachgegangen werden. Spekulationen können hierbei rechtsstaatliche Verfahren und ordnungsgemäße Ermittlungsarbeit allerdings nicht ersetzen. Wir müssen gerade hier ganz besonders aus der NSU lernen. Keine Spur darf liegen gelassen werden. Kein Verdacht darf verworfen werden, meine Damen und Herren. Auch wir haben, wie der Ministerpräsident es gerade geschildert hat, dieser Tage viele Fragen. Ich will nur wenige nennen, weil es vor allem nächste Woche darum geht. Warum wurde von Anfang an nicht im rechtsextremen Milieu ermittelt, wo doch 400 Hass-Mails aus 2015 vorlagen? Warum gingen die Behörden von einer Einzeltätertheorie aus? Ich teile das, was der Ministerpräsident hier gesagt hat. Es sieht eher nach Unterstützern und womöglich gar Mittätern aus, wenn nicht sogar einem Netzwerk. Welche Reaktionen gibt es dieser Tage aus den rechtsextremen Szene, die möglicherweise auch Hinweise auf das Täterumfeld geben kann? Aber darum, ich habe es gesagt, geht es nächste Woche im Sonderausschuss des Innenausschusses. Bundeskanzlerin Merkel hat 2012 eine sehr eindrucksvolle Rede vor den Angehörigen der NSU-Opfer im Februar gehalten. Die Nation war aufgeschreckt. Das Bewusstsein ist leider viel zu schnell verloren gegangen, meine Damen und Herren. Die Bundeskanzlerin hat damals den irischen Denker Edmund Burke zitiert, und ich möchte das hier auch tun. Ich zitiere, Für den Triumph des Bösen reicht es, wenn die Guten nichts tun. Ja, Demokratie lebt vom Hinsehen, vom Mitmachen. Sie liebt davon, dass wir alle für sie einstehen, Tag für Tag und jeder an seinem Platz. Demokratie zu leben, mutet uns zu, Verantwortung zu übernehmen für ein Zusammenleben in Freiheit und damit für ein Leben in Vielfalt. Gelingt dies, kann Vielfalt ihren Reichtum zum Besten aller entfalten. Und das, meine Damen und Herren, ist dieser Tage unsere Verantwortung als hessisches Parlament, dem wir alle nachkommen sollten. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Faeser. Für die Fraktion BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN erteile ich Herrn Wagner das Wort, verbunden mit der Information, dass wir jetzt von einer Redezeit von 11 Minuten für alle Redenden ausgehen. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir trauern um Walter Lübcke. Unsere Gedanken und unsere Anteilnahme sind bei seiner Familie. Viele von uns kannten Walter Lübcke als Landtagskollegen. Wir alle kannten ihn als Regierungspräsidenten. Walter Lübcke war ein engagierter Kämpfer für unsere Demokratie, den gesellschaftlichen Zusammenhalt und für seine Heimat Nordhessen. Er ist Diskussionen nie aus dem Weg gegangen und hat sie stets fair geführt. Er hat im besten Sinne Gesicht gezeigt, meine Damen und Herren. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN und bei Abgeordneten der SPD Es ist unfassbar, wenn sich bewahrheiten sollte, dass es eben dieses Engagement war, worin der Grund für den Mord an Walter Lübcke aufgelegt wurde. Dann war es der Mord an einem Menschen. Dann war es ein Anschlag auf unsere Demokratie. Wir trauern um Walter Lübcke. Unsere Gedanken und unsere Anteilnahme sind bei seiner Familie. Ich habe das sehr bewusst an den Anfang meiner Rede gestellt, wie auch meine Vorrednerinnen und Vorredner. Denn in unserer hektischen, nach immer neuen vermeintlichen oder realen Informationen gierenden Zeit scheint mir das manchmal zu kurz gekommen, das Opfer und seine Angehörigen. Ich weiß, dass das, was ich jetzt sage, leicht missverstanden werden kann. Und vielleicht von anderen gerne bewusst missverstanden werden wird. Ich sage es trotzdem, weil es mir ein Anliegen ist. Wir alle sollten uns fragen, ob alles von dem, was in den letzten Wochen gesagt, gefordert, geschrieben, gesendet und spekuliert wurde, tatsächlich der schrecklichen Situation angemessen war. Wir alle sollten uns fragen, ob es sinnvoll ist, Menschen, die nach derzeitigen Erkenntnissen beispielsweise nur erste Hilfe geleistet haben, in das grelle Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit zu ziehen, ihr Leben vor dem Publikum auszubreiten und ihr vermeintliches und reales Handeln eventuell voreilig zu bewerten. Denn uns allen sollte bewusst sein, das Leben dieser Menschen geht weiter. Die Scheinwerfer sind zwar irgendwann wieder aus, aber die Schlagzeilen bleiben diesen Menschen. Das eben Gesagte ändert an einem nichts. Wir brauchen vollständige und rückhaltlose Aufklärung. Vollständige Aufklärung darüber, von wem und mit welchem Motiv Walter Lübcke ermordet wird. Vollständige Aufklärung darüber, ob es rechtsradikale Strukturen gab, die mit diesem Mord in Zusammenhang stehen, und vollständige Aufklärung darüber, ob es Zusammenhänge zum MSU-Terror gegeben hat. All das muss vollständig aufgeklärt werden. All das ist unsere Verpflichtung. Alle Fragen müssen auf den Tisch. Antworten müssen gefunden werden. Dabei sollten zwei Dinge klar sein. Berechtigte Fragen sind kein Ausdruck des Misstrauens in unsere Sicherheitsbehörden. Genauso gilt aber auch, derzeit noch unvollständige Antworten oder der Verweis auf laufende Ermittlungen dürfen nicht dazu instrumentalisiert werden, das Vertrauen in unsere Sicherheitsbehörden infrage zu stellen. Vermutungen und Thesen sind ausdrücklich notwendig, um den Dingen auf den Grund gehen zu können. Sie dürfen aber nicht zu haltlosen Spekulationen werden, und sie können rechtsstaatliche Verfahren und ordnungsgemäße Ermittlungsarbeit nicht ersetzen. Wir wissen noch nicht sicher, ob der Mörder und seine Tat in rechtsextreme Strukturen eingebunden waren. Eines wissen wir allerdings ganz sicher. Rechtsextreme Straftaten und Drohungen häufen sich, nicht ausschließlich gegen Politikerinnen und Politiker. Rechtsextremes Denken führt zu rechtsextremen Worten. Rechtsextreme Worte können zu rechtsextremen Taten werden. Dieser Entwicklung sollten sich alle Demokratinnen und Demokraten entschieden entgegenstellen. Aus Worten können Taten werden. Hass und Gewalt entstehen in einem gesellschaftlichen Klima, in dem Menschen herabgewürdigt werden, unsere demokratischen Institutionen infrage gestellt werden oder Politiker als Volksverräter bezeichnet werden. Deshalb hielte ich es heute in dieser Debatte für mehr als angemessen, wenn die Vertreterinnen und Vertreter einer Partei schweigen würden. Applaus Nutzen Sie die gesparte Redezeit, um über Ihren Beitrag an der Vergiftung des gesellschaftlichen Klimas nachzudenken. Wir trauern um Walter Lübcke. Wir wollen den Mord vollständig aufklären. Wir treten den Feinden unserer Demokratie immer und überall entschieden entgegen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Danke, Herr Wagner. Für die Fraktion DIE LINKE erteile ich Frau Wissler das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir sind bestürzt und betroffen über den Mord an unserem ehemaligen Landtagskollegen und Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Nach allem, was wir wissen, handelt es sich um einen politischen Mord. Der mutmaßliche Täter stammt aus der rechten Szene. Unser Beileid und unsere Anteilnahme gelten seiner Familie, seinen Freunden und auch seiner Partei der CDU. Wir wünschen seinen Angehörigen viel Kraft in diesen schweren Stunden. Bestürzt und betroffen sind wir auch über die unverholene Freude und Häme über diesen Mord. In rechten Foren auf Facebook und auch in Teilen der AfD wurde Walter Lübcke verhöhnt und der Mord regelrecht gefeiert. Herr Ministerpräsident, Sie haben recht. Wir wissen noch nicht genau, wer der Mörder war. Aber was wir wissen, ist, wer sich über diesen Mord gefreut hat. Das, weil sich Walter Lübcke für einen humanen Umgang mit Flüchtlingen ausgesprochen hat und weil er deutliche Worte gegen Rechts gefunden hat. Daraufhin wurde er als Volksverräter verunglimpft, bekam Morddrohungen und stand zeitweise unter Polizeischutz. Das ist Ausdruck einer gefährlichen Stimmung und einer gesellschaftlichen Verrohung, die den Nährboden für solche Taten bereitet. Aus Worten werden Taten, aus Hetze wird Gewalt. Das ist beängstigend. Alle Demokratinnen und Demokraten sind gefordert, aufzustehen gegen rechte Hetze und rechte Gewalt und sich durch solch furchtbare Taten nicht einschüchtern zu lassen. Es war nicht das erste Attentat auf einen Politiker. Henriette Reker, Oberbürgermeisterin von Köln, wurde Opfer rechter Gewalt. Sie überlebte ein Messerangriff nur knapp. Der Bürgermeister von Dröglitz fürchtete aufgrund von rechten Drohungen um sein Leben und gab schließlich sein Amt auf. Sie sind prominente Opfer. Seit 1990 gab es über 180 Todesopfer rechter Gewalt. Menschen, die meistens nicht in der Öffentlichkeit standen, deren Tod oft keine öffentliche Aufmerksamkeit fand, ja, die oftmals nicht einmal als Opfer rechter Gewalt anerkannt wurden, die ermordet wurden aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft, ihrer Religion oder ihrer Weltanschauung. Ich denke, auch an sie sollten wir heute denken, wenn wir um Walter Lübcke trauern. Rechte und rassistische Straftaten haben seit 2015 zugenommen, drei rechte Straftaten durchschnittlich pro Tag. Das zeigt die große Gefahr durch die rechte Szene. Der Mord an Walter Lübcke wäre nach Halit Yozgat der zweite Mord, der aus rechtsradikalen Motiven in Nordhessen begangen wurde. Die Mordserie des NSU, die sogenannte Gruppe Freital, Old School Society, Revolution Chemnitz, die Aryans. Rechtsterrorismus ist leider kein Einzelfall in Deutschland und in Hessen. Unsere Solidarität gilt allen Opfern rechter Drohungen und rechter Gewalt. Der mutmaßliche Mörder Walter Lübcke gehörte der rechten Szene an. Stephan E. beging seit Beginn der 90er Jahre schwerste Straftaten, ein Sprengstoffattentat auf eine Flüchtlingsunterkunft, Körperverletzungen, Landfriedensbruch und bis hin zu versuchtem Totschlag. 2009 überfiel er mit anderen Neonazis eine DGB-Veranstaltung in Dortmund. Er war in der Kameradschaftsszene und in der NPD aktiv und hatte offenbar zumindest Verbindungen zu Combat 18. Als LINKE haben wir 2015 im NSU-Untersuchungsausschuss namentlich nach Stephan E. gefragt. Er war uns in den Akten und Recherchen aufgefallen, als besonders militanter und gewaltbereiter Neonazi aus Kassel. Wir hielten es deshalb für möglich, dass er zum Kasseler NSU-Unterstützerumfeld beim Mord an Halit Yozgat gehört haben könnte. Stephan E. war mit vielen anderen militanten und hochgefährlichen Neonazis vernetzt, Neonazis, die dutzende Straftaten verübt haben und auch noch bis heute verüben. Deshalb haben wir damals in der Zeugenbefragung und in einem Beweisantrag des Landesamts für Verfassungsschutz explizit nach weiteren Erkenntnissen zu ihm gefragt, nach seiner Militanz, ob er als Rechtsterrorist einzustufen ist. Aber leider waren die Antworten recht dürftig. Wir mussten es damals in einer Geheimsitzung tun, weil nahezu alle relevanten Informationen zu militanten Neonazistrukturen in Hessen als geheim eingestuft wurden. Der Bericht zu den NSU nach Untersuchung des Landesamts für Verfassungsschutz sogar für 120 Jahre, Verschlusssache bis 2134. Wir haben diese Form der Geheimhaltung immer kritisiert, und wir haben eine transparente Aufklärung gefordert. Wir mussten nach Abschluss des NSU-Untersuchungsausschusses unsere Notizen aus den geheimen Sitzungen und unsere Unterlagen komplett vernichten. Aber wir haben gestern erneut Einsicht in das Protokoll dieser geheimen Sitzung genommen, in dem es um Stephan E. ging. Wir haben die Veröffentlichung dieses Protokolls beantragt, weil wir denken, dass es von hoher Relevanz ist, was das LfV über den mutmaßlichen Mörder wusste. Ich denke, diese Erkenntnisse, die das Landesamt für Verfassungsschutz über Stephan E. hatte, müssen zudem an den Generalbundesanwalt weitergegeben werden. Ich füge hinzu, falls es diese Akte noch gibt. Nach der Selbstenttarnung des NSU 2011 wurden in den Verfassungsschutzämtern bundesweit massenhaft Akten geschreddert, in der Absicht zu vertuschen, Beweise zu vernichten und die Rolle von V-Männern zu verschleiern. Wir wissen aus dem Untersuchungsausschuss, dass es Erkenntnisse beim LfV über Stephan E. gibt. Für uns wäre wichtig zu wissen, ob es diese Akten noch gibt, ob sie gesperrt wurden und ob sie für die Ermittlungen freigegeben werden. Die Gefahr durch rechte Gewalt und rechten Terror wurde jahrelang unterschätzt. Während bei islamistisch motivierten Anschlägen oft viel politischen Aktivismus ausgelöst haben und zu breiten öffentlichen Debatten führten, blieb rechter Terror oft eine Randnotiz, sowohl in der politischen Debatte als auch in der medialen Öffentlichkeit. Viel zu schnell war vorschnell die Rede von vermeintlichen Einzeltätern, statt rechte Netzwerke im Hintergrund zu beleuchten. Der NSU war kein Trio. Er hatte ein breites Unterstützerumfeld, und bis heute wissen wir nicht, wer alles dazugehört hat und wer die Tatorte ausgesperrt hat. Aber wir wissen – das haben wir damals in fast 50 Seiten in unserem Sondervotum zum Abschlussbericht des NSU-Untersuchungsausschusses dargelegt –, dass es in Nordhessen eine militante, gewaltbereite und überregional vernetzte Neonaziszene gab, z. B. mit engen Kontakten nach Dortmund und nach Thüringen. Stephan E. war offensichtlich in dieser Neonaziszene vernetzt. Klar ist die Hinrichtung Walter Lübckes durch Kopfschuss. Es wirkt wie eine NSU-Nachahmertat oder gar eine Fortsetzung. Im Fall Walter Lübcke sind noch viele Fragen offen, die zunächst die Ermittlerinnen und Ermittler beantworten müssen. Aber wir haben auch Fragen an den Innenminister, die wir nächste Woche in der Sondersitzung stellen werden. Ich finde, wir müssen jetzt auch über Fragen diskutieren, ob die Nazi-Vereinigung wie Combat 18 nicht endlich verboten werden muss und dass die Verharmlosung des rechten Terrors, die es immer wieder gab, endlich ein Ende haben muss. Wir haben heute einen eigenen Antrag in den Landtag eingebracht. Ich sage leider, es gibt einen gemeinsamen Antrag von CDU, GRÜNEN, SPD und FDP ohne uns, da die CDU grundsätzlich keine gemeinsamen Anträge mit der LINKEN einbringt. Vielleicht nehmen Sie die aktuellen Entwicklungen und die wachsende Gefahr von rechts zum Anlass, noch einmal darüber nachzudenken, ob diese Gleichsetzung von AfD und LINKE wirklich angemessen ist. Aber dabei will ich das heute belassen. Ich will nur begründen, warum wir einen eigenen Antrag eingebracht haben und nicht auf dem anderen Antrag stehen. Meine Damen und Herren, wenn wir über rechte Gewalt und rechten Terror sprechen, dann müssen wir immer auch über das gesellschaftliche Klima reden, das solche Taten begünstigt, in dem solch ein Hass gedeihen kann. Wer Flüchtlinge zu Sündenböcken macht und als Gefahr darstellt, wer Migration zum Problem erklärt und Vorurteile schürt, der trägt dazu bei, ein Klima zu schaffen, das solche Taten begünstigt und rechte Täter ermutigt. Wir dürfen nicht zulassen, dass der politische Diskurs immer weiter nach rechts verschoben wird und eine Partei wie die AfD die politische Agenda bestimmt. Wir brauchen breite gesellschaftliche Mobilisierung gegen rechts wie Unteilbar, und wir sind mehr. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Denn der beste Verfassungsschutz und die beste Verteidigung von Demokratie sind die Menschen, die sich Neonazis überall dort in den Weg stellen, wo sie marschieren wollen, die sich tagtäglich gegen Rassismus, Antisemitismus, antimuslimischen Rassismus, Antiziganismus und alle anderen Formen der Menschlichkeit. Die deutsche Geschichte mahnt uns, jeder Form des Faschismus entschieden entgegenzutreten und der Gefahr von rechts, einen Pol der Solidarität und der Menschlichkeit entgegenzustellen. Vielen Dank.